Jetzt unser zweiter Gast. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil sie ist ganz schön hübsch. Sie ist sehr sehr hübsch, alter Vater. Gott sei Dank bin ich glücklich verheiratet. Und sie auch. Diese nächste Künstlerin, diese nächste Sängerin, die gleich auf die Bühne kommt, ist eine gute Freundin von mir. Und auch jetzt eine sehr gute Freundin in dieser Band. Bitte, jetzt auf die Bühne, Anna Loos. Also auf jeden Fall für uns ist es ein Riesen-Air, dass du jetzt hier bist. Und wir würden jetzt euch ein Riesengeschenk geben. Das ist Anna Loos als Hauptsängerin von Tonight. Das ist Anna Loos. Das ist Anna Loos. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Thank you very much